So, wenn ich die hier auch öffne. So, jetzt. Das Pack of Dust. So. Bitte verschwinde. Nein. Warum? Warum? Weil ich's kann. Don't touch. Fass das nicht an, Reno. Okay. Hi, Sheriff. Muss ich mit dem reden. Hallo, Reno Delores. Ähm. Okay. Jetzt können wir ja schon. Und jetzt. Ah. Oh. Ähm. Kannst du für mich den Pathologen Reno holen? Ähm. Ähm. Ja, mach ich. Okay. Ähm. Dann die Zelle mit dem Schlüssel öffnen. Okay. Anmachen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Warte mal kurz. Oh Gott, ist das laut. Hallo? Close. Jail. Okay. Was zum Marino. Ähm. Ähm. Okay. Hallo, Herr Pathologe. Hallo, Ahu. Hallo, Ahu, Dolores. Äh. Der Sheriff möchte dich sehen. Wirklich? Ähm. Ähm. Mich, Ahu? Das ist aufregend. So, jetzt bin ich echt gespannt. Oh Gott, es leckt gerade. Oh Gott. Perfekt für die Story. Okay. Und jetzt haben wir tatsächlich den Beweis. Es sind zwei unterschiedliche Typen. Das ist echt interessant. So. Vandalismus. Warte. 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 Ich konnte ja randalieren. Warte mal kurz. Da hat sich immer gesagt, hey, ich bekomme Ärger. Schabe gerade eine Eingebung. Fuck, ich brauche, äh. Hehehe. Hab was vergessen. Ähm. Ich sehe gerade aus dem Augenwinkel, weil ich ja die, äh, Anleitung jetzt gesehen habe. Für, äh, das ist hier Double. Ähm. Halt, halt, für Vandalismus. Da steht was mit der Mailbox. Ich hab aber eine andere Idee. Okay. So. Nein, halt. Nein, da hin. Mann, Mädchen. Hat doch nicht so'n Stress. So. Pick up. Und ich gehe... Und ich gehe... Ja. Ähm. Zum Post-Ding. Ach, lol. Ja. Da steht auch, dass man, ähm, eigentlich auch den hier mittel zu soll. Ich hatte statt Mailbox und ich hab an den gedacht, aber naja, gut, das ist jetzt so. Hey. Das sind die letzten Sachen. Die letzten Sachen sind immer die schwersten und das ist erlaubt. Und man, ganz ehrlich, wer kommt da drauf? Ja, okay, auf Vandalismus hätte ich kommen können, theoretisch. Früher oder später wahrscheinlich. Aber die restlichen, ich sag ganz ehrlich, dieses mit dem... Das mit dem Sch... äh... Sheriff und so, dass man den einschließen soll und dass er dann sagt, hey, kannst du einen Co-Runner für mich holen? Äh, ja. Ah. Ich hätte mir den Weg sparen können. Ich zeige euch jetzt mal das Letzte. Es gab etwas mit Katzen. Fun-for-Katz-Pos... Nein, das ist nicht Fun-for-Katz, das ist die richtige Position. Ganz ehrlich, das versteht doch keiner. Was hat das mit Humor zu tun? Das ist vollkommen normal. Niemand macht sich über Normalität, äh, lustig. Oh, guck mal. Das Gras ist grün. Ha, 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 ha. Ich hab jetzt einen Witz gemacht über Normalität. Mal ernsthaft, ey. So, talk du. Oh, ich bin fertig. Oh, nebenbei. Ähm. Weißt du etwas über den Körper, der unter der Brücke gefunden wurde? Nein. Ich fühl mich nicht gut. Ich brauche frische Luft. Oh nein. Das kommt alles zurück. Oh nein. Musst du mal kurz aufhören. Ob er switchen. So. Ich denke, das ist alles meine Schuld. Es musste ein Fehler in meiner gehackten Save-Game sein. Oh Gott. Ich habe nicht die gleichen Skills wie du. Wer hat die schon? Solltest nicht durch diese Seite hindurchsehen. Aber es sieht so aus, als würde alles jetzt crashen. Lass uns sehen, ob wir irgendwie ein Patch machen können. Ich möchte nur das eine wissen. Was? Ja, Dolores, Thimbleweed Mini Adventure Park. Eine terrible Toybox-Production. Schön. Ja, war ein kleiner Ausflug. War ein kleiner Ausflug. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Auch wenn einige der Rätsel wirklich... Ja. Solche Rätsel sind genau der Grund, weshalb ich eigentlich nicht so der allzu große Fan von Adventures bin. So an sich sehr, sehr gerne. Der erste Teil war super. Kathy Raine war super. Aber das, das war jetzt eigentlich nur Story, sondern einfach nur Rätsel. Und okay. Die Rätsel an sich... Ja. Die waren hart. Und im Endeffekt war es dann... Es ist quasi erlaubt so, weil es... Story von irgendwas muss ja das Spiel geben. Obwohl im Endeffekt stand es ja. Aber es fehlt eine Menge, damit es halt ein kommerzielles Spiel ist. Wenn man dieses Spiel genossen hat, und selbst wenn man es nicht getan hat, bitte kauft Thimbleweed Park. Stay safe. Ja. Load Ransom Redemption Hack. Ich habe Angst. Ich habe... Leute, ich habe ja schon Thimbleweed Park. Gut, ich habe es nicht gekauft, weil es gab es kostenlos im Epic Game Store, aber das macht ja nichts. Load Dolores Ransom Patch. Bosch kommt jetzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Cool, die Entwickler können zählen. Aber nicht so weit, wenn es nur bis 14 geht. Oh, lol, politische Statement. Oh, lol, politische Statement. Jetzt ist schon Moment. Warte mal kurz. Fangamer.com Sekunde Collections. Oh, Stardew Valley gibt es hier auch. View or Game Collections. So, wenn das da schon steht, ne, dann können wir da auch mal reingucken, äh, kurz reingucken. Ist das eigentlich erlaubt? Ist das schon irgendwie Product Placement oder so? Oh Gott. Okay, die Seite muss ich mir auf jeden Fall mal durchgucken. Äh, wo ist denn? Ah, da ist das. So, Moment. Schalt mal für euch um. Collector's Game Box. Artwork Book. Magnet Z. Boah, der Grafix, die gefällt mir nicht. Ja, gut, ist jetzt nicht... Ich wollte gerade sagen, ist das das eine Bild, das man da sehen konnte? Aber okay. Äh, lassen wir es. Moment. Scheiße. Ich habe gerade die Szene gewechselt und ja. So, instrumental. Kann es sein, dass dem Entwickler wirklich ein bisschen langweilig war? When will this song end? Kommt drauf an. Ist das auf Endlos-Schleife? Oder ist das auf Endlos-Schleife programmiert? Äh, komponiert. Programmiert, jawohl. Please end. I have to go to the bathroom. Ja, geht doch. Ich kann auch ohne dich, Schreiberling, hier sitzen. Zähl doch einfach nochmal. Ah, vielleicht kriegst du jetzt mehr als 14 hin. Okay, Steve Kirk ist just showing off. Look at me, I can write a long song. Oh, das geht glaube ich noch, weil es wird sicherlich nicht 20 Minuten gehen. Und wenn doch, hey, habe ich noch meine Folge. Und noch ein politisches Statement. Ob in der Zwischenzeit irgendetwas von ihm gekommen ist? Irgendein Tweet oder sowas, dass das nochmal da steht? Ja, ich hoffe einfach auf irgendwas Lustiges. Nein, noch gar nicht. Den Soundtrack. Ja, Soundtrack muss jetzt nicht unbedingt sein. War jetzt nicht Credit Hoc. Soundtrack war in Ordnung, war nicht schlecht, war in Ordnung. Aber jetzt nicht so, dass ich mir denke, hey, will ich mir kaufen. Ja, dann beende das doch einfach. Oh, ist das ein Klischee. Ach, cool. Ja, dann alles Gute Nacht, reglich. Ach so, ja, vielleicht sollte ich dann auch nochmal aufs Klo gehen oder so. Und be right back. Hätte er ein Notebook, könnte er das Notebook mitnehmen und auf dem Klo weiterschreiben. Ja, WB und so. Juh, wie classic geilt. Was? Nein, warum? Da stand irgendwas mit... Monkey Island is returning? Oh Gott, wäre das geil. Ja, gut. Credits sind jetzt durchgelaufen. Ich werde mir den letzten... Den letzten Frame mal nochmal angucken. Ich bin sehr gespannt darauf, was da steht mit The Last... Mit Monkey Island. Will, irgendwas stand da? Okay, in dem Sinne dann sage ich mal... Tschö, adieu und ja, bis zum nächsten Projekt. War ja jetzt recht kurz. Aber kann auch nicht schaden, ne? Bisschen mehr Abwechslung auf dem Kanal. Hey. Ja. Tschö.